hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video der interessengemeinschaft elektromobilität berlin brandenburg ja der ein oder andere von euch hat bestimmt schon mitbekommen wir sind jetzt jeden tag live und wir wollen unserer langweile und eurer langweile entgegenwirken indem wir einfach jeden tag in live stream senden zu welchen uhrzeiten das passiert hängt halt ganz davon ab wie unsere gäste zeit haben wir laden jeden tag eine person über skype in den chat ein mit der wir über diverse themen sprechen so haben wir heute zum beispiel findet ihr auf unserem kanal schon das video mit doktor akt mit doktor sprenger gesprochen von new scale über das was e autofahrer wirklich bewegt was sie wirklich wollen morgen wird mit julian zum thema leicht kraft fahrzeuge gehen am mittwoch werde ich mit volker über adaptierung von ccs und schademo möglichkeiten warum es das noch nicht gibt sprechen am donnerstag werden wir das thema schademo das ungeliebte kind mit thomas behandeln am freitag werden wir mit simon von und charge oder and charge sprechen über deren angebot bis jetzt für samstag noch nichts weiter geplant aber ich denke mal da wird sich noch das eine oder andere diese woche ergeben deswegen unbedingt auf den kanal schauen wir versuchen auch die streams so früh wie möglich reinzusetzen so dass ihr euch eine erinnerung einlegen könnt für gewöhnlich gehen wir eigentlich immer 15 30 online aber wie gesagt wenn der ein oder andere gast nicht kann schaut bitte rein in die streams es wird auch mal 18 uhr oder 20 uhr werden aber nur dass ihr schon mal bescheid wisst wir sind jetzt jeden tag live immer zu einer anderen uhrzeit immer zu einem anderen thema schaltet euch ein chattet mit uns fragt die fragen direkt an unsere gäste live und dann kriegt ihr vielleicht sogar gleich eine antwort und wir denken dass wir so nicht nur wie sagt unserer langweile sondern auch eurer langweile wenn man zu hause sitzt ein bisschen entgegenwirken können und wollen euch so die zeit zu hause ein wenig versüßen würde mich freuen wenn ihr einschaltet wenn ihr unsere streams teilt und wenn wir möglichst viele drin sind und dann schauen wir gerne und ihr könnt uns auch jederzeit übrigens in die kommentare schreiben wir lesen wie gesagt jeden kommentar schreibt uns bitte unbedingt in die kommentare was ihr sehen wollt welches thema euch bewegt welches thema euch interessiert nur keine falsche bescheidenheit wir gehen jedes thema an thema balkon und solarkraftwerke werden wir wohl kommende woche irgendwann angehen also da kommt auch noch einiges wir versuchen alle möglichen themen aufzuarbeiten und wenn ihr irgendwie eine idee habt wenn ihr sagt mensch das hat mich schon immer interessiert schreibt uns eine mail an youtube at igmb.de oder einfach wie gesagt in die kommentare rein und dann würde ich mich freuen wenn ihr uns zuschaut und mit uns chattet bis dahin sage ich vielen dank und bis die tage